Wir wurden hier heute alarmiert zu einem Feuergebäude. Vorgefunden haben wir hier in einer Wohnung einen brennenden Bierkasten. Ne, haben wir so auch noch nicht gesehen. Die Brandursache wird letztendlich auch erstmal noch von der Polizei ermittelt, wie dieser Kasten überhaupt in Brand geraten konnte. Schöne, noch ein Loch, noch ein Loch und ein Loch. Man hat es, die Kirche und die Brüder sind uns nicht in Bedarf. Also haben wir hier oben den Schöneben, haben wir hier oben in den Hügel im Hintergrund. Wer ist, dann will die Schöneben auf das anvenste Zeit. Vielen Dank.